In GZSZ hält Flo Erik für einen Einbrecher und schlägt ihn nieder. Yvonne Gute Laune wird gestört. Yvonne freut sich auf einen Wellness-Tag mit Moritz, der jedoch mit einem Kater zu kämpfen hat. Doch Yvonne Gute Laune wird abrupt gestört, als sie auf eine böse Überraschung stößt. Erik wird versehentlich von Flo niedergeschlagen, als sie ihn im dunklen Mauerwerk für einen Einbrecher hält. Während Erik schnell vergibt, zeigt Toni wenig Verständnis für die Situation. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, ist eine der bekanntesten und langlebigsten deutschen Seifenopern. Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1992 hat die Serie ein breites Publikum durch ihre fesselnden Geschichten und vielschichtigen Charaktere begeistert. Die Handlung spielt sich hauptsächlich im Berliner Stadtteil Kreuzberg ab und konzentriert sich auf das Leben einer Gruppe von Freunden, Familien und ihren Alltagsbeziehungen. Die Serie behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter Liebe, Freundschaft, Intrigen, persönliche Konflikte und berufliche Herausforderungen. Die Charaktere von GZSZ sind in ständiger Entwicklung begriffen, wobei neue Figuren auftauchen und sich die Beziehungen zwischen ihnen im Laufe der Zeit verändern. Dadurch entsteht ein dynamisches Gefüge von Verstrickungen und Wendungen, das die Zuschauer immer wieder überrascht. Die Serie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, zeitgemäße Themen aufzugreifen und diese in die Handlung einzubinden, was dazu beiträgt, dass sie mit der Zeit geht und sich an ein breites Publikum richtet. Von Teenagern bis hin zu älteren Zuschauern spricht GZSZ durch die verschiedenen Lebenssituationen und Charaktere eine vielfältige Zuschauerschaft an. Mit einer Mischung aus Spannung, Drama, Liebe und Freundschaft bleibt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eine der beliebtesten deutschen Seifenopern, die ihr Publikum seit vielen Jahren in den Bann zieht und regelmäßig mit neuen Geschichten und Entwicklungen überrascht. Mit einer Mischung aus Spannung, sage ich, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten. Mit einer Mischung aus Spannung, sage ich, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten. Mutual differenceiram an multiplying und gleiche Genesis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020